Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde New Super Mario Bros. Es ist jetzt schon etwas länger her, dass ich es gespielt habe. Oh, Moment, scheiß Mikro. So, ja, meine Krankheit hat mich etwas, beziehungsweise Erkältung, zurückgeworfen. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen besser und ich habe gedacht, jetzt versuche ich einfach mal aufzunehmen. Ja, was ich noch weiß, ist, dass wir hier oben das probiert haben, so ziemlich gefällt haben und hier unten genauso. Ja, von daher werden wir es jetzt einfach probieren. Und, ja, schauen wir mal. Falls ich mal zwischen durchschniefen muss, husten muss, etc., ja, es sei mir verziehen. So. Ach, komm her. Okay. Okay. Oh, jetzt geht die Sche... Oh Gott, wie war ich überhaupt die Tasten... Oh, du Gott. Okay. Hi. Ja. Gut. Hoffen wir mal, dass... ... ich jetzt mal ein bisschen weiterkomme. Äh, falls auch noch meine Stimme ein bisschen sich anders anhört. Äh, ja. Ihr wisst warum. So. Oh, scheiße. Äh. Ja. Geil. Äh, von daher... Ich weiß noch nicht. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal nur einen Mario-Part... Oh. Auf... Aufnehmen. Aber... Uah, leck. Was ist los? Ähm. Damit ihr... Uah, leck. Hallo? Bräuchte ich? Alles gut. Ich hab da nichts anderes offen. Außer ICQ. Stört dich ja nicht. So. Pill. Ja. Sauber. Äh, okay. Jetzt kam die Scheiße. Ähm. Ich bin ja immer bei... Ja, ich mach eigentlich ein... Man möge es mir verzeihen. Ich mach aber... Was nenn ich das denn? Äh. Oh. Mein Gott. Ich hab keinen Bock hier wieder zu failen. Und ihr wollt ja auch endlich mal was anderes sehen. Oh. Wieso bin ich so gut? Sollte ich lieber nicht sagen. Okay. Okay. Ist da was drin? Ist da was drin? Ja! Gibst du... Nein, nein, nein. Oh. Das war so klar. So. Gucken. Näää. 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 Äh. Das war so klar. Ich glaube. Und? So. Hä? Äh. Ah. Oh, das war... Das war glücklich. Ich hab nicht ge... Ich hab nicht die Sprungtaste gedrückt. Oh. Ja. Jedes Mal. So. Äh. 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 Ja, dafür bin ich sowieso zu schlecht. Sag ich doch. Äh. Äh. Ja. Wie auch immer. Weiter geht's. Ich bin noch nicht ganz sicher, vielleicht... Oha. 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 Ja. Sagt nichts. Ich weiß. Äh. Vielleicht nehm ich ja jetzt auch einfach ein bisschen länger auf als Entschuldigung, anstatt den normalen 15 Minuten. Sag mal. Ist gut jetzt. Ähm. Muss ich mal gucken. So. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Jawohl. 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 Mario, du kannst es. Auch wenn ich lieber deinen Bruder hätte. Okay. Nu aber, nu aber, nu aber. Äh. Nein, nicht du. Ups. Wollte ich auch nicht. Ja. So. Jawohl, Ski. Okay. Alles gut. Ich frage mich, wo die dritte Münze ist. Oh, nicht gut. Nein. Oh Gott. Ähm. Ja, da... Oh, da war es doch. Ja. Okay. Alles. Und das wird nix. Oh, das... Oh, scheiße, da war es doch. Okay. Oh. Ja, 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 ja. Das muss ich mitnehmen. Hahaha. Danke. Äh. Oh, ich bin so kurz vorm... Leute. Ich bin ein Schisser. Ich bin so ein Schisser. Das muss jetzt gemacht werden. So. War vielleicht doch keine kluge Idee. Ich hab hier nur noch ein Leben. Oh. Egal. Ah, zwei. So. Okay, okay, okay. Juppt. Oh, ich kann das nicht. Egal, wir haben es geschafft. Ja, hier. Nein! Ach, dit, 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 dit. Ja, hier, tschüss. Ich hätte das hier unten... Ja, ja, das wollte ich machen. Aber irgendwie, ich hab so wenig. So, machen wir hier weiter. Jetzt weiß ich nicht, wo ich mir glühe. So. Okay. Ja, Maus im Weg. Okay. Was ist hier eigentlich Schönes? Gar nichts. Nee. Okay. So. Los geht's. Dann müsste ich mal verdammt ein paar Leben sammeln. Ach. Und der bewegt sich hier nur so lahmarschig. So. Okay. So. Und dieser Haie gleich. Da sind's schon. Super. Okay. Okay. Alles gut. Ha. 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 Okay. Peacewitch. Will ich den? Hm. Nee. Langsam durch. Nichts passiert. Alles. Tutti. Die Musik ist doch auch zum Einschläfern. Also alles gut. So. Na, la, la. Oh Gott. Okay. Die will ich, die will ich, die. Haha. Lass mich da ran. Danke. So. Okay. Darum konnte ich nicht rein. Daran erinnere ich mich noch. Gleich dürfte der Checkpoint kommen. Dann mache ich auf jeden Fall ein Safe State. Oh, oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Ich hätte vorher einen Safe State machen sollen. Mann, ey. So gemein. Jetzt habe ich schon zu Anfang die ganzen Haie überstanden. Und nun tötet mich so ein Goldfisch. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist so unfair. So ein kleiner Goldfisch, ey. Oh, 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 oh. Wow. Jetzt sollte ich mal so ein bisschen zurückbleiben, damit ich auch mal sehe, wo die überhaupt kommen. Das war jetzt eine Scheißidee. Ja. So, ich ja. Okay, 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 okay. Weiter geht's. Also auch nicht zu weit zurückbleiben. Oh, ich hasse das so. Wie nennt man die nochmal? Dieses Scrolling Level. Wie heißen die nochmal? Mal vergessen. Egal. So. Okay. Gut. Erste Reihe Fische überstanden. Nochmal überstanden. Jawoll. Na. Jawoll. Okay. Na. Ja. Checker. Okay. Mario, wir schaffen das. Irgendwie schaffen wir das. So. Was soll das eigentlich sein? Das sieht ein bisschen aus wie Kalkorfen, wollte ich gerade sagen. Ähm. Hier. Dingens. Äh. Ihr wisst schon. Äh. Quallen. 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 Uah. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nimm ihn. Nimm ihn. Nimm ihn. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Oh nein. Oh. Schwimm, schwimm, schwimm. Naja. Egal. Aber auf jeden Fall das Leben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wir Safestaten hier. Machen 9. Nummer 2. Weiter geht's. Schade um die Blume. Und schade um, ähm. Um die Münze. Aber, ja. Mein Gott. Oh. Warte, bin ich denn damit? Mein Gott. In Reserve. So. Weiter geht's. Zumindest haben wir jetzt schon mal den, ähm. Mittelpunkt. Ein Checkpoint. So. Und auch wieder ein Leben mehr. Das ist doch auch schon mal was. Ach, jetzt kommt ja diese Blubberbrause, ne. Mhm. Und durch, 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 durch. Warten, warten, warten. Weiter, weiter, weiter. Blubberbrause. Blubberbrause. Nicht gut. Und durch, 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 durch. Runter, runter, runter. Jawoll. Nicht noch ne Blubberbrause. Hi. Okay. Egal. Nein, 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 nein. Ha? Okay. Saven. Saven. Oh mein Gott. Okay. Weiter geht's. Da oben. Schau, wie dort? Scheiß Idee. Ne, geil, die nehmen keine Münze. So. Okay. Wir sind gleich da. Ja. Einer. Mein Gott. Danke. Oh mein Gott. Naja, ich bin zumindest höher als sonst. Ach, scheiße, meine Maus. Oh, sorry, Leute. Oh, sorry. Hoho. Aha. Okay. Saven. Ja, ich kann ja ruhig den nehmen, so. Okay. Mein regulär ist safe. Ah, hier habe ich doch irgendwas bekommen, oder? Ja. Sehr schön. Will ich den haben? Nein, keine Shell. Oh. Will ich da denn mit? Oh. Ist ja so unnütz. Ich weiß immer noch nicht so wirklich, was ich damit soll. Okay, Leute. Äh, ich habe keinen Nerv für dieses Schloss jetzt. Das war schon wieder aufregend genug. Äh, ich habe zumindest die zwei Level geschafft. Und, äh, wenn wir dieses Schloss schaffen, dann haben wir endlich, ähm, die erste Welt geschafft. Ja, unglaublich. Ich weiß, äh, hat ja auch lange genug gebraucht. Ich glaube, das ist jetzt Part 6. Ja. Ja, wie auch immer. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, dass ihr wieder beim nächsten Mal dabei sein werdet. Und, ja. Viel Spaß mit den Videos. Eure Katern. Eure Katern.